Ja hallo, hier bin ich wieder und meld mich aus Schiedlberg zu einer besonderen Nachricht, die Sie ja alle wissen. Nachdem wir uns jetzt in den vierten Lockdown zu begeben haben und wir alle sozusagen in einer sehr verrückten Welt leben zurzeit, könnten Sie vielleicht Zeit haben, ein gutes Buch zu lesen oder das vorzulesen. Dazu würde ich Ihnen ein Buch von Hermann Hesse empfehlen, Verliebt in die verrückte Welt aus dem Inselverlag. Ausgezeichnetes Buch und Sie können sich vielleicht in seinen Betrachtungen, in seinen Gedichten, Erzählungen und seinen Briefen wiederfinden. Eigentlich gebe ich nicht so gern Ratschläge, aber einigen der politischen Akteure und der Runde der Chefredakteurinnen in ORF 3 vom 19. November 2021 um 21.05 würde ich dieses Buch wärmstens ans Herz legen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie verliebt in diese verrückte Welt. Ja und übrigens, 120 Millionen Bücher von Hermann Hesse sind in der ganzen Welt verbreitet. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hören uns wieder. Danke.